Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. In der letzten Folge haben wir die Arena von Baumhausen City geschafft und in dieser Folge werden wir einfach mal ein bisschen die Routen weiter erkunden. Route 120 haben wir nämlich noch nicht vollständig erkundschaftet, denn ich bin ja, nachdem wir den Devonscope hatten, direkt zurückgerannt und hab die Arena gemacht. Von daher würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal, was sich da unten noch so alles befindet. Guckt mal, unsere Freunde sind wieder da. Moment, welches Team schicken wir nach vorne? Remy und Shireen? Remy und Shireen würde ich sagen. Ja, schau her, ich erinnere mich an dich. Gut, ich werde den ganzen Kampf auf Film festhalten. Und hier sind nämlich unsere, eine Herausforderung von Interviewer, Pia und Udo. Magneton und Grakelo werden sie einsetzen. Und da sind sie auch schon. Ähm. Ja, genau, unsere Freunde vom Fernsehen, gegen die wir schon sonst wie oft gekämpft haben. Ich hab mich gerade eben schon gedanklich, hab ich so mir gedacht, wann wir denen wohl mal wieder begegnen. Ob wir ihnen überhaupt nochmal begegnen. Und in dem Moment stehen sie einfach da. Also, das ist schon irgendwie lustig. Au, Lichtkanone wird wehtun. Ja, Lichtkanone ist nämlich eine ziemlich böse Stahlattacke. Aber ich denke, nach dem Mitzekoller sollte Magneton auf jeden Fall Geschichte sein. Und es ist es auch. Bei Magneton. Ich hoffe nur Grimmy wird das jetzt überleben. Au, Aufruhr, natürlich gegen Grimmy, weil... Was auch sonst. Äh. So. Hey Lord. So, da ist wieder die ultimative Kombination draußen. Shireen und der Feylord. Besser geht's nicht. So. Zack. Und Krakelo wurde besiegt. Sehr schön. Und Shireen erreicht Level 34 und ist damit, glaube ich, jetzt unser höchstgeleveltes Pokémon. Und wir besiegen Pia und Udo. Das war aber ein intensiver Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Ja, alles im Kasten. Der ganze Kampf ist auf Band. Sehr gut. Ach, du nimmst noch mit Band auf? Eigentlich unüblich in der heutigen Zeit. Kartoffel. Weißt du noch, was... Das hast du nach unserem letzten Kampf gesagt. Wir erinnern uns noch ganz genau daran. Übrigens, wie sieht es aus? Dürfen wir eventuell noch ein Interview mit dir führen? Klar. Wirklich großartig. Danke. Also könntest du mir bitte ein Wort ausdrücken, was nach dem Kampf in dir vorgeht. Was geht jetzt gerade in mir vor? Hm. Gerüchte. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich gerade über Gerüchte oder sowas nachgedacht oder was man denken könnte mittlerweile bei einigen meiner Aussagen. Oh ja, perfekt ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, dass die Sendung total gut ankommen wird. Vielleicht wird es ja hier im Videonavi ausgestrahlt. Schaut uns zu mal rein, okay? Also vielen Dank und bis bald. Alles klar. Vielen Dank und bis bald dann. Und ich bin da gerade übrigens ans Mikrofon gekommen. Das tut mir leid. Falls ihr das mitgekriegt habt. Natürlich habe ich mein höchstentwickeltes Pokémon auch direkt vorne. Du bist entkommen. Ja, das bin ich wohl. Ähm. Dann wechseln wir doch einfach mal. Ah ne, Grimmie wäre theoretisch vorne. Ist er aber nicht im Kampf, denn er ist immer noch besiegt. Der Gute. So. Alles klar. Und nächstes Pokémon ist... Kommelwirbel bitte. Nein, Geradax natürlich. Aber das könnte Grimmie theoretisch zum Training mal mitnehmen. Das geht eigentlich. Okay, es reicht nicht ganz aus. Au. Ich habe jetzt fast schon gedacht, das war hier... Na hier, die Liebesattacke. Ähm, Anziehung. Genau. Das werden jetzt wieder... Oh, Grimmie ist verliebt. Und sowas. So, das Poké-Navi hat mir zwar gesagt, da unten wäre noch ein Pokémon gewesen. Ist mir aber relativ egal. Hast du Attacken auf Lager, die fliegenden Pokémon schaden können? Jupp, Felsgrab. Ich habe irgendwas an der Nase oder so. Und hier ist... Vogelfänger Wim. Wimra oder was? Alter. So langsam, aber sicher, wird es lächerlich mit den... Äh, mit den Namen. Wim. Wim ist kein Name. Wim ist... Keine Ahnung. Die Vorform von Wimmern. Das wird ja nach dem Kampf. Aber das ist doch kein Name. Ah. Meine Güte. So, wenigstens haben wir dich vergiftet, blödes Schwallboss. Wenn Grimmie schon leider draufgehen musste. Warum denke ich da nie dran? Vierfach Schwäche gegen Flug-Pokémon. Aber nein. Nein. Der HPCame muss ja Grimmie trotzdem vorne haben, weil Baum. Hosen City. Ähm. Ja. Mach einfach. Schlitz. Schlitz das Vieh einfach auf. Autsch. Das war auf jeden Fall ein Volltreffer. Das hat man gemerkt. Dann hoffe ich mal, dass jetzt nicht noch einer kommt. Sehr gut. Zermürben und das reicht dann. So. Und weg mit deinem Schwallboss. Ein Xatu. Interessant. Nee, das kann Bob machen. Ja, ich weiß. Bob. Sehr anfällig gegen Flug-Pokémon. Ich habe nichts, was wirklich richtig sehr effektiv gegen Flug-Pokémon ist. Dabei. Aber dafür habe ich zwei Pflanzen-Pokémon. Das ist eigentlich nicht gerade so der Beste. Nicht so unbedingt das Beste, glaube ich. Ach ja. Ich habe mit ihm gar nicht mehr Prügler. Ach. Das habe ich ja schon vor Ewigkeiten abgerlernen lassen. Nicht abgerlernen lassen. Ah, das wäre jetzt eigentlich ziemlich cool gewesen. Da wird einfach mal das Spiel etwas lauter, weil ich gegen den Lautstärkeregler gekommen bin. Das tut mir auch leid. Bob ist immer noch verwirrt. Bob, jetzt reißt ich mal langsam ein bisschen zusammen. Okay. Unheilböen ist natürlich böse. Tschüss, tschüss. Ach, dankeschön. Naja, okay. Gut, so viel hat es jetzt auch nicht ausgemacht. Ach, der Wunschtraum geht in Erfüllung. Natürlich. Äh, gegen Shireen hat das Ding auch eine ziemliche Überhand in beiden seiner Typen. Deswegen. Chuck, du bist dran. Ja, ja, okay. Wow, das macht auch noch ziemlich viel Schaden. Ach, nein. Mann, bitte. Ich habe gerade eine ganze Vogel-Pokémon-Arena geschafft. Oder vorhin. Oder gestern. Wie auch immer. Aber, oh Mann. Jetzt verzweifle ich an einem Xardu. Ja, nee, ist klar. Ah, was habe ich da bitte jetzt für ein Verwirrungspech? Das ist echt nicht schön. Und wenn ihr jetzt gerade irgendwas hört, dass es mein Nachbar der Möbel rückt oder sowas. Falls ihr da irgendwelche Geräusche gehört habt. Das sah aber jetzt auf der Tonaufnahme nicht so aus. Lass mich raten. Ich mache Surfer. Äh, bin wieder verwirrt. Und bla und Keks. Und nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Hau das Vieh einfach mal platt, bitte. Jetzt muss ich natürlich nochmal... Einen super Trank einsetzen. Denn er kommt jetzt nochmal mit Luftschnitt. Und dann geht der Wunschtraum in Erfüllung. Und mein ganzer Surfer-Move hat nichts gebracht. Natürlich. So typisch. Autsch. Und das war's mit Jug. Alter, das gibt's doch nicht. Was ist denn das gerade? Ja, komm, mach du das doch. Schmeiß auf das Ding einfach mal ein paar Steine, bitte. Wieso ist das schneller? Satu ist doch gar nicht so ein schnelles Pokémon. Habe ich jedenfalls gedacht. So, und dank dem Initiative-Drop solltest du immer noch schneller sein. Danke. Holy mackaroli. Was war das denn bitte schon für ein beschissener Kampf? Als wenn ich irgendwie in der kurzen Pause gerade alles verlernt hätte oder so. Du bist mir um einiges voraus. Ja, aber nicht um so viel. So viele Pokémon, wie ich gerade verkackt habe. So viele Pokémon, wie ich gerade im Kampf sehen musste, wie sie besiegt wurden. Die ganzen Trainer hier, die werde ich mir wahrscheinlich noch später zu Gemüte führen. Aber in dem Zustand, in dem gerade meine ganzen Items und so sind. Und meine Pokémon wäre das vielleicht nicht ganz so ratsam. Vier Sananderbeeren. Werden wir doch glatt nochmal ein paar neue anpflanzen. Gunusbeere, alle seine Statusprobleme. Na, das will ich doch mal... Da will ich doch ein paar mehr von haben. Sehr gut. So, Akku ist auch noch gut. Vier Nirbebeeren. Na, dann gucken wir mal. Klugheit, alles klar. Eigentlich Birnebeeren. Aber weil das blöd klingt, Nirbebeeren. Diese, diese, diese umgedrehten Worte immer. Was haben wir hier? Wildbeere, Wildbirnenbeere. Wildbierbeere. Wildbier. Aber davon hatten wir anscheinend schon ein paar. Hier, machen wir mal die Seetangbeere. Und werden da ein bisschen davon vermieren lassen. Damit wir davon mehr als eine haben. So. Den Trainern hier sollte ich, wie gesagt, vielleicht unter Umständen ein bisschen aus dem Weg gehen. So, beleben wir erstmal Grimmy wieder. Und da haben wir schon keine Beleber mehr. Und da haben wir keine Hypertränke mehr. Oh, cool. Kumo Milch füllt 100 auf. Und davon haben wir uns ja mehr als genug geholt. So. Ah, den einzigen, den wir jetzt nicht beleben konnten, ist Jug. Ich könnte also die Trainer da oben dann doch noch machen. Oh. Ein Nugget. Können wir gut verkaufen. Ich denke kaum, dass ich hier einen Tentara bekomme. So wie es gerade rechts auch bei den Pokémon abgebildet ist. So, wir können ja immer wieder nach da oben hingehen, von daher. Ich will jetzt aber den Weg hier gehen. Der sieht mir irgendwie anders aus. So, dass der... Mist. Wir hätten bei dem anderen irgendwas bekommen können, habe ich das Gefühl. Jetzt so. Achso, wir können da auch immer wieder hin. Mal gucken, was da unten ist. Ein Dooflord. Das war auf jeden Fall... Aber da kommen wir so gar nicht hin, da kommen wir nur per Surfer hin. Schön, kann ich die ganze Zeit Kreise ziehen. Aber es ist schön sonnig geworden. Guckt euch das an. Ist das nicht wunderbar? Was haben wir denn hier auf der Seite? Noch ein paar Bären. Nein, eine Aromalady oder so. Schön, wie man diese Box kommt ein Pokerregel raus. Dieser Pokerregel wird dann genüsslich von einem Pokémon verspeist. Eine schöne Geste gegenseitiger Zuneigung. Findest du nicht auch? Ja. Ja, ja. Du verstehst, was ich meine. Das hier ist für dich. Eine Japabeere. Dies ist eine seltene Beere. Ich hoffe, du gehst sorgfältig damit um. Auf jeden Fall. Ich werde die Beere erstmal irgendwo anpflanzen. Hey, guck mal. Rein zufällig können wir hier... ...Beeren anpflanzen. Eine Him... 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 Himi... Nannabbeere. Ich weiß nie, wie man das Haar am Ende aussprechen soll, bei solchen Worten. Ich weiß, wahrscheinlich sind die... sind Haar am Ende eh immer stumm im Deutschen. Von daher ist es relativ egal, wie man das ausspricht. Man muss da nicht noch so ein... Hinten heransetzen quasi. Eine Nannabbeere. So, also ein Nannabbeerenstrauch gerade eben. Sind auch die ersten, die wir davon hatten. Putzigkeit. So, natürlich. Angepflanzt. Bodengewässert. Und schon haben wir leckere Nannabbeeren. Und Pirsifbeeren, die kennen wir ja. Davon haben wir ja einige. Sind gut gegen Vergiftung. Und da werden wir jetzt... Eigentlich wollte ich die anderen anpflanzen, die da drunter. Aber ich bin zweimal nach oben gegangen, weil... Keine Ahnung, weil ich dachte, dass ich da jetzt eine neue Reihe dazu bekommen habe oder so. Tut mir leid. Was haben wir denn da für ein Pokémon? Kecleon. Mit Finte. Na, interessiert mich nicht. Eine Massenbegegnung. Ganz viele Mirabla. Auf Level 13. Ciao, ganze 5 Mirabla auf Level 13. hat mich gefreut euch gesehen zu haben lustige versammlung seid ihr oh ja die coole musik wieder liegt es an meinem furchterregenden gesicht ich kann so oft ins hohe gras gehen wie ich will aber es taucht nie ein pokémon auf ich weiß es nicht ja dein gesicht ragnar rock wir hatten tusker das hat ja genau so ein komisches gesicht dieser keine tolle kombi kein wunder dass alle vor euch wegrennen gut felskrabb ist jetzt nicht so effektiv gegen pflanzen pokémon warum auch mal dachte ich das gerade dann machen wir einfach mal einen kopfstoß eine kopfnuss meine ich du setzt ein paar stachler aufs feld soll mir recht sein die stachler sind jetzt eh irrelevant da ich mein pokémon nicht austauschen werde so wir erhält endlich mal sein level 31 und damit besiegen wir ragnar es muss schön sein so ein starkes pokémon team bei sich zu haben oh ja das ist doch ist es auf jeden fall wo sind wir jetzt eigentlich genau die sind jetzt da und ich gehe jetzt irgendwie wieder nach oben anstatt nach unten und rechts was treibst du hier du bist doch nicht etwa wegen der alten ruinen hier von dem man sagt sie könnten hier zu finden sein nein bin ich nicht durchaus nicht ruinen maniak ruprecht der alte knecht mit seinem poupons oh yeah pouponze 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 ähm ja mega sauger sollte schon ziemlich gut was ausmachen du kommst mir jetzt aber mit antikkraft habe ich recht mit finale natürlich ouch das ging voll ins gesicht aber besiegt grimmie nicht mal annähernd ganz im gegenteil ein nassknet yo nassknet alter nassknet da können wir auf jeden fall auch mit dem mega sauger an explodiert jetzt auch einfach voll ins gesicht ne du kommst mit dem steinhagel das tut mir nicht ganz so weh aber das war auch schon volltreffer das heißt wir können uns ganz in ruhe noch an dem nassknet genüsslich wieder hoch regenerieren was mir eigentlich ziemlich gut gefällt ladungsstoß cool typ abgedeckt und schon wieder ein volltreffer denn das knet hat voll den zielmechanismus in seiner nase das ist voll krass das hat voll das ist wahrscheinlich so ein das rote ist nicht seine nase das ist ein fadenkreuz fadenkreuz genau und wir besiegen ruprecht die liga lange schmerzt nein das was schmerzt ist ein rücken weil du den ganzen tag auf dem boden rum kriegst mit 98 jahren doch mit 98 jahren fängt das leben erst an so wenn ich jetzt da links an die bären will muss ich den trainer nicht besiegen alles klar pürs auf bären wollen mir doch gefallen ist klar irgendwie verbringe ich glaube ich ziemlich viel zeit damit einfach nur irgendwelche bären anzupflanzen aber wie gesagt das gehört dazu wenn man dann pokémon züchten möchte ich weiß gar nicht kann man theoretisch items von x und y zu omega rubin mit also mit hilfe von pokémon rüberziehen weil da gibt es eine da gibt es eigentlich ganz coole bären die man eigentlich da so ein bisschen sich holen kann sage ich mal also die man sich theoretisch rüber ziehen könnte habe ich jetzt eine per wundertausch nie per wundertausch doch im wundertausch hatte eins meiner pokémon eine ganz seltene wäre also die habe ich vorher auch noch nie gesehen muss ich zugeben deswegen die fand ich voll interessant ich habe den namen jetzt vergessen aber die sieht auch ziemlich cool aus ist glaube ich eine schwarze mit gelben streifen oder so ich weiß es nicht mehr genau jeden fall ist die ziemlich cool der da unten ziemlich geilen effekt gehabt aber ziemlich 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 so jetzt besiegen war dich noch ich warne dich ich bin echt total schwach und ja diese frau hat so eine komische männliche stimme halb starke den ihr mit einem to heido to hei ja ich bin echt sehr schwach und kommt mir mit level 34 to heido was eis zahlen kann du mich auch verarschen kann ich mich alleine madame sowie für halt das nicht genug als dass wir jetzt noch ein eiszahn überleben würden so den kann green mal bitte abfangen denn bringe würde jetzt drauf gehen danke sagt sagt macht jetzt nicht auch nicht so viel aus dann haben wir dann zertrümmerer drauf denn to heido ist meiner meinung nach auch ein unlicht pokémon das heißt der trümmerer müsste sehr effektiv sein und das war es auch aber rauhaut ist natürlich ziemlich böse denn es schadet uns wenn wir das gegnerische pokémon physisch angreifen und wir besiegen die halbstarke ich habe es doch gleich gesagt ja du wolltest kämpfen ich jetzt naja eigentlich wollte ich kämpfen ja es ist egal so jetzt gehe ich erst mal hier durch den durch das dingens durch gehe ich wieder zurück auf die route quasi damit ich auch wieder ordentlich laufe genau von hier an werden wir dann in der nächsten folge weitermachen aber das wäre es erstmal mit dieser folge von let's play pro koma und omega rubin vielen dank fürs zusehen ich bin der hbk und sage an der stelle mal tschüss bis dann